Yo, what's up people? Ich bin der Pat, ich bin 26 Jahre alt. Ich tanze Hip-Hop, House, Crump und Choreografie. Seit den letzten Jahren ist mir aufgefallen, dass der Tanzstil Hip-Hop sich immer mehr ins Negativ entwickelt hat. Und es werden so viele Sachen als Hip-Hop bezeichnet, vor allem in der Choreografie-Szene, obwohl es wirklich nicht was mit Hip-Hop zu tun hat. Es ist eher ein Mix aus verschiedenen Tanzstilen wie Jazz, Funk-Jazz, Hip-Hop, House, Afro und so weiter und so weiter. So viele Mixe in einem. Und das ist Choreografie, aber nicht wirklich Hip-Hop. Und ich will beitragen, es besser zu machen. Ich bin zwar kein OG, aber ich lege sehr viel Wert auf Basics, Foundations und die Kultur, die Geschichten dahinter. Schuld unter anderem sind die Medien. Und ich will dazu beitragen, es besser zu machen. Jeden Samstag hier in The Step It Is. Ich freue mich auf euch. Respektive Culture.